Immer diese Frauen, immer diese Frauen, die operieren lassen, dann sind sie gierig, dann wollen sie Arsch machen. Wow, Sano! Ich reite auf Wiener. Ja, ich reite auf Wiener, ja. Ja, du stellst dich so hin, Sahara, das ist schlechter. Ja, ganz genau. Ganz genau, okay, das gefällt mir, das gefällt mir. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Wochen-Vlog. Hier ist euer Host Alibaba Nuri und hier sind die zwei Nuri-Schwestern für euch. Erstmal, wie geht's euch? Sehr gut. Sehr gut. Und Leute, das letzte Video kam ja online. Das haben eigentlich ziemlich viele Leute angeschaut mit Geschwisterfragen. Und während auch den Moment, wo Sano traurig war. Ja, also das fällt uns erst jetzt auf. Sano, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst. Ja, und ich frage mich eigentlich immer noch, was eigentlich der Grund war, warum du geweint hast. Was? Also was war eigentlich... Sie ist kein Herzen, Mensch, ehrlich mal. Was? Was? Du hast ja geweint, Sano. Ja. Ich meine, wir haben ja darüber geredet, aber warum genau? Ja, weil Marci nicht mehr hier ist. Also was wegen Marci? Ja. Nicht wegen der Frage. Welche Frage? Okay. Es kam die Frage wegen der Trennung. Achso, nein. Die Sache war, wir haben das Video gedreht, okay? Während des Videos haben Saharo nicht nichts mitbekommen. Und du hast nicht einmal geweint, sogar zweimal war das. Nein. Doch, beim Schneiden habe ich gesehen, einmal habe ich rausgeschnitten. Oh, okay. Beide Male hat Armin bemerkt und hat nichts gesagt, weil er ein sehr guter Freund ist. Also, Sano, Baby, du weißt, wir lieben dich, wir küssen dein Herz, okay? Wir vermissen alle, Marci, das weißt du. Und dass du geweint hast, ist ganz normal. Das ist, du vermisst deinen großen Bruder. Ich würde meine Seele aushöhlen, wenn du weg wärst. Weißt du? Aber ich würde es halt nicht zeigen, weil... Nein, ich würde es zeigen. Für Sano, Baby, würde ich es zeigen. Jungs, halt. Ich küsse dein Herz, komm her, ich will dir eine Umarmung geben. Das ist für YouTube nur, das ist nicht für echt, komm her. Okay, das ist nur für YouTube. Komm her, steh auf, Sano. Nein. Sano, Baby, Masi ist weg. Okay, dann kriegst du keine Umarmung, du Scheißkind, okay? Weißt du was? Wein weiter. Jemand hat dir das kommentiert, dass wir dir Liebe schenken sollen, weil du geweint hast. Und du gibst deinen Nackenklatsch. Und Liebe. Du gibst einfach einen Nackenklatscher. Einen Döner mit Liebe. Wir küssen dein Herz. Aber was machen wir Dienstag? Chill, Sano. Leute, ich habe Sano gesagt, dass wir Dienstag ein Video machen, das eine Überraschung wird. Ganz kurz. Können wir nach Video Nudeln kinken? Sano, es geht nicht immer nur um Essen im Leben. Ich weiß, in welchen Momenten sie fragen muss. Wir haben in diesen letzten Jahren sehr viele Sachen uns vorgenommen, die wir nicht durchgesetzt haben, okay? Also umgesetzt haben, besser gesagt. Wir haben es auch nicht geschafft, jemals nach Disneyland zu fliegen. Das machen wir dieses Jahr. Ich verspreche es euch. Dieses Jahr werden deine Augen und deine Augen Disneyland sehen und erleben. Und deine Nase wird Mickey Mouse Scheiße riechen dort, okay? Ihr werdet es sehen. Ich hoffe, du sagst, deine Nase wird erneuert. Deine Nase wird erneuert. Leute, Sahal will eine Nasen-OP. Sie will im Ernst eine Nasen-OP? Immer diese Frauen, immer diese Frauen, die operieren lassen. Dann sind sie gierig, dann wollen sie Arsch machen. Wow, Sano. Wollen sie überall machen. Beine, Becken, überall. Und dann am Endeffekt alles Plastik. Nein, nein. Wie kein Jänner. Sano, weißt du was? Such dir einfach Hilfe. Sahal will eine Nasen-OP machen, okay? Und ich hatte mir überlegt, ich bin ja ein Mensch, ich mache Menschen sehr gerne glücklich, okay? Aber warte, 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 nein. Also sie will eine Nasen-OP machen und ich sage das ungern, weil ich mag Sahal halt überhaupt nicht, okay? Ich mag dich auch nicht. Also ihre Anwesenheit stinkt einfach. So ihre Aura, wenn sie in den Raum kommt, ganz, ganz schlimm. Trotzdem willst du es unbedingt. Aber die Sache ist, dass unsere Eltern uns halt dazu zwingen, dass wir halt Geschwister sind und mögen und so, weil sie ja adoptiert. Ihr wisst ja. Und vielleicht habt ihr gestiefelte Kata gesehen, sie ist wie in der Bärenfamilie. Sie ist Goldglöckchen und ich bin dieser kleine süße Bär, der eigentlich sie nicht in der Familie haben will. Und ja, sowas wie... Ich will nicht mehr ein Zahnarzt-OP-Fell. Nein, Zahnarzt, ob er seine Zahnarzt-OP will. Ich will auch ein Nasen-OP. Hör auf, Zahn. Siehst du, Sahal? Siehst du, das ist es. Mann, sie macht es gerne zum Spaß. Das ist es. Du redest darüber und sie lernt von dir. Du bleibst mal ganz ruhig. Sie hat den meisten Müll von dir gelernt. Nein, sie hat keinen Müll von mir gelernt, okay? Weil ich bin ein Erwachsener, Mann. Ich habe Bart. Ihr wisst ja, ich mag seine Haare nicht, aber ich dachte mir, vielleicht könnten wir sie glücklich machen, okay? Ja, wir können dem Sommer einen Dityker fliegen. Nein, nein, nein. Würdet ihr es schlimm finden, wenn ich ihr das anbiete, dass ich die Nasen-OP zahle? Ah, diese unnötige 10.000 Euro. Nein, das ist nicht 10.000. Wäre das nicht schlecht, wenn wir dich dabei unterstützen? Nein, das wäre überhaupt nicht schlecht. Nein, es wäre doch schlecht. Weißt du, warum? Es wäre überhaupt nicht schlecht. Also ich... Weil ich es... Es geht nur darum, dass ich es machen will. Ja. Für mich, okay? Das heißt, wenn ihr mich dabei unterstützt, dann unterstützt ihr einfach einen Prozess, der mich dann glücklicher macht. Ich unterstütze keine Leute, die sich operieren lassen. Wow, Sano, das ist gut. Aber du hast mich bei meiner Knie-Operation schon unterstützt, oder? Ja, aber da musstest du. Das ist ein Unterschied. Ja, Sano, du bist intelligenter. Wir haben jahrelang darauf hingearbeitet, aber du hast Gehirnzellen bekommen, okay? Es ist noch eine Entscheidung, du triffst. Du bist doch nicht sicher, dass du das machen willst. Äh, doch. Welchen Nasen willst du haben? Was heißt, welche Nasen willst du haben? Ja, es gibt verschiedene. Es gibt so Michael Jackson Nasen... Äh, nicht sowas. Also ich würde einfach paar Dinge korrigieren. Aber stell... Ist es bei Nasen-Operationen so, dass sie deine Nase komplett rausschneiden und dann von der Leiche eine andere Nase nehmen und die einsetzen? Aber ich hoffe, du bist jetzt ein Geier. Und willst dich überall operieren lassen? Will ich aber nicht. Ich stelle es mir nicht vor, weil ich weiß, was ich will. Ah, immer diese Kette ich will. Sarah, wir können den Weg auch komplett einfach machen. Einfach deine Nase brechen, dann brauchst du unbedingt eine Nasen-Operationen. Das habe ich schon oft genug vorgeschlagen. Echt? Das heißt, wenn man deine Nase bricht, freiwillig, und das so finanziert, dann bist du dabei. Ja? Wirklich! Sano, ich gebe dir das Geld. Hau fang an. Ich sage dir etwas, das wirst du nie wieder von mir hören, okay? Aus diesem Moment wird es nicht kommen. Aber du siehst gar nicht so schlecht aus, wie du denkst. Weißt du, die Nase ist okay. Also ich meine, weißt du, es ist okay. Es gibt... Wie sage ich das ganz nett? Ich habe meine ganze Nase. Es gibt bei dir deutlich größere Probleme als die Nase. Weißt du? Kümmer dich um andere Dinge. Geh mal deine Haare schneiden, Seiten auf Null, sowas. Das war jetzt ein echt schweres Kompliment, das ich dir machen musste. Es fehlt mir schwer. Es war kein Kompliment, du hast mir gesagt, ich habe viel größere Probleme als die Nase. Das bedeutet, dass deine Nase eben nicht so schlimm ist, wie du denkst. Weißt du? Das ist so, wie wenn ich sage, so hässlich bist du nicht. Ja, das ist doch... Danke. Wir sind alle schön. Okay. Wirklich? Ich will einfach nur meine Nudeln, das war's. Okay. Sarah braucht halt ihrer Meinung nach eine OP, um gut auszusehen, oder? Nicht um gut auszusehen, um mich wohler zu fühlen. Bei mir ist es 30 Euro alle zwei Wochen. Haare, Augenbrauen, Bart. 60 Euro monatlich. Das sind im Jahr gerechnet 40, 50 Euro. Was? Also du willst Haare, Augenbrauen, Bart, alles. Du willst Nasen-OP. Seid wie ich nichts. Was? Seid wie ich nichts einfach. Sano, du willst jetzt sagen, dass du diejenige bist, der nie etwas will. Doch, aber kein Nasen-OP. Wow, super, dass du mit 13 keine Nasen-OP willst, aber du willst alles andere, was es gibt. Du willst einen Pappaufsteller von Millie Bobby Brown und du willst auf jedes Konzert, wo noch nicht die Tickets ausverkauft sind. Ja, und du hast jeden zweiten Tag, bist du Fan von irgendwas Neuem. Jetzt ist Crow. Nein. Und gestern noch, gestern noch hat sie gesagt, ich hoffe, Luciano gibt bald ein Konzert. Luciano, warte, warte. Luciano, du darfst nicht aufs Luciano-Konzert, wie kommst du drauf? Ich weiß, aber ich bin jetzt, ja, warst du jetzt hin? So, ich bin ein Fan von Crow, aber jetzt auch nicht wie Millie. Ich bin ein Fan von Crow. Millie, ich bin bei Millie ein krasser Fan. Ah, wenn ich nicht keine Nasen-OP. Millie ist noch mal mein Fan, also ich liebe sie. Millie ist mein Fan. Und außerdem, ich mag sie schon, dieses Jahr, warte, nur fünf Jahre an fast. Okay, stimmt, Millie Bobby Brown mag sie ziemlich lange. Okay, das ist eine... Und außerdem, ich habe gehört, sie kommt wieder in Deutschland. Ja, aber wir leben nicht in Deutschland, wir leben in Österreich. Sie kommt bei... wie heißt das? Coming Dom oder so. Bei letztem... wie bei Portugal. Coming Dom? Meinst du Kölner Dom? Nein. Wo... wo... Wo sie... Wo sie letztes Mal gekommen ist, wo sie gesprochen hat. Meinst du Comic Con? Ja. Dieses Jahr machen wir viele Planungen. Leute, und einer meiner wichtigsten Pläne für dieses Jahr ist es, mein Zimmer umzubauen. Und ihr werdet sehen, wie das dann aussieht. Und Zaha, ich werde dich aus meinem Zimmer abschieben, okay? Nein. Du schläfst jetzt noch in Massis Bett. Du bist eh nie zu Hause. Mach was du willst. Ja, du bist eh nie zu Hause. Ich bin die ganze Zeit zu Hause. Du bist maximal zwei Tage in der Woche zu Hause. Was? Ich bin gerade zu Hause? Ich bin hier? Ja, Zufall. Und dann... Ist es nur Zufall? Isst du? Du gehst aufs Klo, du ziehst deinen Ärgern und dann kommst du morgen. Ja, aber du hast vergessen. Wenn ich aufs Klo gehe, gehe ich danach in der Badewanne meinen Arsch waschen. Und das hoffe ich doch. Ja, weil Leute, nach dem Scheißen immer Arsch waschen. Bitte fangt damit an. Ich weiß schon was, was ich ins Zimmer stellen werde. Und zwar so ein schwarzes Mannequin. So eine schwarze Schaufensterpuppe, okay? Dann kann ich jeden Tag so meine Klamotten anziehen, die ich am nächsten Tag anziehe. Das wirst du maximal zwei Tage durchziehen. Nein, 100 pro. In deiner Ordnung. Du wirst den Tag erleben, wo ich diese Schaufensterpuppe ins Haus schleppe. Träum weiter. Diese Woche kommt diese Schaufensterpuppe an und wir freuen uns darauf. Ach du Scheiße. Und du wirst sie sehen. Du hast überhaupt kein Gefühl für... Ach egal. Und übrigens Leute, ein Teil des Wochenvlogs hätte sein sollen, dass wir bei Sanos nächstes Match waren. Also das hätte der Beginn sein sollen. Wir waren bei einem Match von Sanos. Wir haben nur drei Minuten gevloggt, weil wir haben sehr schnell gemerkt, dass sie wieder verlieren. Und die Stimmung war nicht so gut. Und dann haben sie wieder verloren. Sanos, aber das ist nichts Schlimmes. Nicht schon wieder weinen, okay? Das ist nichts Schlimmes. Dann würde ich sagen, Leute, der Wochenvlog geht weiter. Wir sehen uns in den nächsten Tagen. Eins, zwei, drei. Team Familie. Team Familie. Kommt, wir machen zu dritt ein Team, ein Team, das wir alle sind. Okay, komm. Was heißt ein Team, das wir alle sind? Eins, zwei, drei. Team Menschen. Team Menschen. Okay, Leute. Ich habe ja im Video zu Sahar gesagt, dass ich mir eine Schaufensterpuppe für mein Zimmer bestelle, damit es so als Dekoration dient. Aber natürlich ist es etwas, was nicht stimmt, weil ich werde mir sowas nicht kaufen. Es ist nur so, wir erschrecken wieder Sahar. Das ist Ali. Ihr kennt Ali. Also wir haben mit Ali schon Sahar zweimal erschreckt. Sahar und Sano. Aber er will auch machen. Ich war, ich bin die Klasse. Ah! Und heute haben wir, Leute, ein neues Kostüm. Ali macht ja selber YouTube-Videos. Checkt seinen Kanal ab. Wir waren letztens ein Video für ihn drehen, wo er auf der Straße Leute erschreckt hat. Mit dem Kostüm von heute. Hallo. Ali zieht sich das Kostüm einer Schaufensterpuppe an. Und dann gehen wir hinauf und stellen uns einfach irgendwo hin. Am besten, wo es nicht so auffällig ist. Ja, aber die Sache ist, wir wollen uns einfach erschrecken. Das Ding ist ja, dass wir, ich glaube, dass Sahar vielleicht Verdacht schöpft gleich am Anfang. Ja, das kann sein. Kopf. Okay, also. Okay, das gefällt mir. Ja, du stellst dich so hin. Sahar hat dir schlechter. Okay, das ist gut. Also du wirst so in der Ecke stehen. Ja, ganz genau. Ganz genau. Okay, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich habe da einen Verschluss zwischen den Eiern. Ja, super. Behalt es für dich. Sahar, bist du bereit? Ja. Ich bring gleich was. Und dann, wenn ich es ausgepackt habe, will ich es euch zeigen. Okay? Wenn es ein Prank ist, dann schätze ich dich. Ja, passt. Das ist mein Junge. Kommt mal raus in den Gang. Die Sache ist, ich habe dir erzählt, dass du nicht mehr in meinem Zimmer chillen kannst. Aber ich wollte dir sagen, Sahar, dass es heute der letzte Tag ist, an dem du in meinem Zimmer gechillt hast, weil ab heute wird mein Zimmer umgestellt und das Bett von Massi kommt raus, okay? Und deswegen gibt es einfach keinen Platz mehr. Aber wichtig ist, was ich mir bestellt habe. Ich möchte euch was zeigen, okay? Es ist keine Puppe. Kommt einfach und schaut es euch an. Es ist safe, alle. Oder so. Ich habe es gewusst, Digga. Was ist das? Ich habe es gewusst. Was ist das? Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Ist das ein Schaufensterpuppe oder was ist das? Was sagst du dazu, dass ich jetzt eine Schaufensterpuppe habe und es vorbei ist? Was ist das für dich? Also teilst du dir jetzt ein Zimmer mit Ali oder was? Nein, er wird dir den Tag nur da in meinem Zimmer stehen und ich werde ihm meine Klamotten anziehen. Ich bin gerade einfach nur froh, dass ich weiterhin in diesem Zimmer stehe. Ich wusste einfach, du kommst mit Ali, weil als du mich angerufen hast, ich konnte einfach hören, ihr seid wieder im dreckigen Wechselstock. Oh, scheiße. Also meine Damen. Wo hast du das her? Das hat ein Loch. Und wieso passt es dir so perfekt? Wie geht das? Der Plan wäre es gewesen, dass wir sie richtig erschrecken, damit sie dann so richtig so am Boden liegen und weinen. Das ist leider nicht eingetreten. Du hast ganz schön viel Spaß daran immer, gell? Was Leute erschrecken, ja, ich liebe es. Sieht so lustig aus. Oh, ich will sie die Haare, die was aus dem Dings herausstecken. Nein, echt? Wieso? Seine Haare kommen einfach durch das Kostüm raus, als würde so eine Sonnenblume durch Dreck wachsen. Das ist nur eine Metapher. Okay, also von den drei Pranks bisher, Platz 1, 2, 3, sag mal. Meinst du jetzt so erschrecken Level? Ja. Ja, Platz 1, diese scheiß Kiste, aus der du rausgesprungen bist. Ja. Die war halt echt nice. Und dann 2 an meinem Geburtstag. Ja. Ja, und Platz 3 das jetzt. Okay, also wir haben verkackt. Wobei ich sagen muss, dass das Kostüm von heute das Beste ist. Okay, also wir haben etwas, was auf Platz 1 landet. Wenigstens was. Es ist das Kostüm. Dann waren die 35 Euro richtig investiert. Ja. Gut investiert. Ja, das waren gut investiert 35 Euro. Mittlerweile, wenn er sagt, ich gehe kurz runter, etwas holen, dann wissen wir, er holt dich von unten. Ja. Das ist immer du. Wenn wir im Zimmer bleiben und warten müssen, ist das eh klar. Ja. Oh mein Gott, dann mache ich es nächstes Mal so. Ah, das kann ich ja jetzt nicht sagen, wie ich es nächstes Mal mache. Das ist so dämlich. Was? Sag, was schaust du mich so komisch an? Kann ich deinen Pulli mal anziehen? Was? Das war schwer. Kann ich deinen Tato. Sie nutzt immer jede Gelegenheit. Jede Gelegenheit, um irgendwas zu fragen. Der Prank ist daneben gegangen. Der Wochenvlog geht weiter. Der Wochenvlog geht weiter. Die zwei Nuri-Schwestern sind am Start. Sana und ich gehen auf eine Einkaufsstraße, weil Sana wollte schon länger etwas haben. Was wolltest du haben? So ein Pullover von Nike. Wir kaufen das nur, wenn wir es finden. Nicht, wenn du etwas anderes siehst und denkst, hm, ja, das ist besser. Du und ich machen jetzt etwas, was wir schon lange nicht gemacht haben. Was? Ein Zwei-Geschwister-Vlog, weil du und ich haben früher viel mehr Vlogs zusammen gemacht. Ich habe zwar gesagt, dass es darum geht, Pullover kaufen zu gehen und Sana glücklich zu machen, aber eigentlich geht es darum, Zeit mit Sana Nuri zu verbringen, weil wir schon echt lange nicht mehr so etwas gemacht haben. Zu zweit. In letzter Zeit hat Sahara zu, dass sie genervt hat dabei. Sahara ist halt echt eifersüchtig und Sahara lässt nicht zu, dass Sana und ich etwas unternehmen alleine. Sie ist sehr eifersüchtig. Sahara ist so eifersüchtig, sie hat mal, als ich Sana einen Kuss auf die Stirn gegeben habe, einfach drei Stunden geweint. Eigentlich wollte ich ihr den Pullover für ein anderes Video noch kaufen, aber das können wir jetzt nicht sagen. Okay, das Video können wir, darüber können wir jetzt nicht reden. Ah, die süßen Kinder. Ja. Sana, kann ich dir eine Frage stellen? Ja, kannst du. Redezeit. Aber ich weiß nicht, ob ich sie beantworten kann. Mein Gott! Damn! Sahara ist jetzt auch dabei. Wohin gehst du? Ich treffe mich mit einer Freundin und danach gehen wir gemeinsam lernen. Also du bestehst immer noch darauf, im Internet zu lügen und zu sagen, dass du Freunde hast. Ich dachte, du sagst jetzt, dass du lernst. Okay, aber sag jetzt diese Frage. Ich wollte gerade Sana eine lebenswichtige Frage stellen, okay? Stell sie mir die Wahl hier. Ja, ja, warte. Sana, die Frage an dich ist, du bist ja jetzt ein bisschen größer geworden und wir waren lange nicht unterwegs, okay? Und ich habe auch das Gefühl, wir haben lange nichts mehr unternommen. Hat dich das gestört, dass wir in letzter Zeit zu wenig gemacht haben? Ja. Du warst jeden Tag mit Freunden. In diesem Moment dachte ich mir so, dass ich deine Freunde boxen werde. Okay, also du bist nicht sehr glücklich darüber, wenn ich rausgehe. Ja, aber du kannst ja auch mit deiner Schwester etwas machen, nicht den Tag ausgehen. Du wirst gefühlt Montag bis Sonntag draußen. Deswegen unternehmen wir heute was, oder nicht? Ja, aber ich bin mir sicher, du gehst heute wieder abends raus. Nein, am Abend bin ich zu Hause, denn ich schneide Video. Wirklich. Okay? Okay. Küsst dein Herz. Komm, gib mir deine Hand. Aber Sana, Baby, du weißt, egal was passiert und egal mit wem ich bin, dass du meine kleine Schwester bleibst und mir der liebste Mensch bist, oder? Ja, hoffe ich. Ciao, tschüss. Goodbye, du Pisser. Kylie Jenner, damn girl. Ach, die Aussicht, wunderschön. Magst du lieber einen Nike-Pulli oder einen von Pull&Bear? Nike-Pulli. Du bist richtig verzogenes Kind mit Markensachen. Nein, nein. Das sagst du? Du brauchst nicht gerne was in der Unterhose von Markenklamotten. Also man darf nicht mehr teuer scheißen gehen. Sicher, du, ah, sicher. Ich würde niemals 30 Euro für Unterhosen verschwenden. Sorry, Sana, sorry. Immer diese Hoodies, die 70 Euro kosten. 3, 2, 1. Okay. Das ist ein bisschen groß, glaube ich. Ich weiß, leider. Wieso bin ich nicht älter? Ich würde lieber 25 sein. 25 sein ist schon das traurige Leben. Du bist schon fast bei 30. Zieh dich an, nerv mich nicht. Ich bin 25. Aber, aber ja. Sana. Hat er nicht Nehmer gespielt? Was? Hat Nehmer nicht bei Paris gespielt? Doch, doch. Du bist ein Asi. Sana, du hast jetzt Nehmer-Edits geschaut und denkst, dein ganzes Leben ist jetzt Nehmer, oder? Nein. Auf TikTok. Du schaust nicht mal Fußball und sagst, hat er nicht Nehmer gespielt? Er spielt noch immer dort. Was? Ja. Aber er spielt jetzt nicht mehr bei WM. Wie oft ist es... Ja, wow, WM gibt es ja nicht mehr. Leute, wir lassen nicht zu, dass Sana so ein Asi-Mädchen wird mit so einem Paris-Trikot, okay? Oh Gott, Jens. Sana, das ist wieder zu Asi. Ja. Oh, wow. Warum schaust du dir diese Schuhe an? Wow, okay, nein, die sind zu dick. Sind das die Schuhe, die du haben willst? Ja, aber nur ein bisschen kleiner. Also, das sind die Lieblingsschuhe von Sana aktuell. Schau, was ich entdeckt habe. Okay. Ehrlich gesagt, wenn ich wirklich ehrlich bin, ich würde das nicht tragen. Ehrlich. Du trickst nicht mehr Stranger Things. Doch, aber das würde ich jetzt nicht mehr tragen. Hä, ist da noch seit... Bist du erwachsen? Was ist los mit dir? Aber ich mag noch immer Stranger Things. Andere Stranger Things Sachen trickst du? Ja, wenn die schön sind. Das heißt, du bleibst das kleine, süße Mädchen, das wir lieben. Ja oder nein? Ja, natürlich. Oh, 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 hier gibt es viele Sachen. Oh mein Gott. Wow. Sind das diese... Nein, das sind nicht die, oder? Nein, das sind nicht die. Deine haben so einen komischen Absatz, oder? Hey, pass auf, du hast Freunde, die auch das haben. Also bitte. Welche Freunde? Wer von deinem Freund hat das? Ich sage mal nur zwei Girls. Die eine Person geht zwar mit ihr heute essen. Sie hat das. Lass uns die weite Schuhe anschauen. Ja, lass uns die Schuhe anschauen. Ich habe euch letztens gesagt, bei einem anderen Video, es gibt viele Convas. Aber es gibt einen Convas, das ich nicht mag. Die. Das ist gewöhn. Wir sind jetzt in einem anderen Geschäft. Wir sind bei Snipes. Aber davor waren wir im Nike Store. Und da hat uns einfach die Mitarbeiterin erkannt. Sanna, was ist mit dir? Schau, wie schön das ist. Es ist jedes Mal komisch, wenn jemand uns auf der Straße anspricht, weil ich denke mir immer noch, Bruder schauen echt, wirklich im Ernst Leute diese Videos an. Astavuallah. Was zum Teufel ist das? Was ist das? Halb Winter, halb Sommer. Okay. Ehrlich gesagt feiere ich das extrem mehr als das da. Du findest es nicht komisch, wenn Leute auf der Straße dich ansprechen? Überhaupt nicht. Was fühlst du dabei? Überhaupt nicht. Das ist normal. Wirklich? Ja, finde ich. Aber ich find das auch schön. Für dich? Du bist die Jüngere. Für dich ist es normal. Und für mich ist es noch immer nicht normal, weil ich denke mir, warum schauen sich Leute diese Videos im Ernst an? Ich schau auch Videos an. Einfach YouTuber, aber lange her. Aber sprichst du die dann an, wenn du sie siehst? Also, wenn sie hier in Wien sind? Ja, wie sollst du sie sonst ansprechen, wenn sie nicht da sind? Ja, ich würde sie schon ansprechen. Ja, wie wenn sie nicht da sind? Ja, ich find das schön. Okay. Was ist das für Hosen? Die sind nice, oder? Nein. Heutzutage darf jeder tragen, was er will, oder? Also, darf ich auch den Bau freitragen? Nicht im Winter, es ist kalt. Aber im Sommer. Und im Sommer auch nicht, weil es dann zu warm ist. Was geht, Jungs? Ich reite auf Wien. Ja, ich reite auf Wien, ja. Ja, Bro, wir sind aus Wien. Ich reite auf Wien. Ich reite auf Wien, aber diese Jacke ist auch Smash. Sano, du weißt, dass Smash kein Wort für dich ist, oder? Du weißt auch, dass du nicht meine Erziehungsberechtiger bist. Also, bitte. Was? Also, du weißt, wir müssen wir nicht meine Erziehungsberechtiger. Ich bin nicht dein Erziehungsberechtiger. Also, wenn du meine Mutter wärst, okay. Diese Jacke sieht schön aus. Ja, sehr schön, genau. Genau. Kriegst du aber trotzdem nicht, auch wenn du es richtig aussprichst. Ich muss sagen, ehrlich, es gefällt mir extrem und es passt mir auch. Zeig mal her. Okay. Behalten es im Auge, du kriegst es. Aber Schäfer ist es weg, es sind eh nur drei Stück. Ich habe es online gesehen, ich habe es online gesehen. Du weißt ja, was in zwei Wochen kommt für ein Video, oder? Ja. Dann wart es einfach ab. Vertrauen ist Vertrauen, okay? Okay, Leute. Oh mein Gott. Ja, ich will eins, bitte. Willst du eins haben? Ja, ich habe Ombau gerade eben. Okay, komm, wir holen es dir. Okay. Schmeckt es? Das ist das perfekte Ende des Vlogs, Sano. Sano, Nuri ist glücklich und wir Menschen sind auch glücklich. Das war es mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Heute hatten wir eine Mission. Die Mission kann ich euch leider nicht sagen. Das mit dem Pullover erkläre ich euch in zwei Wochen. Der Typ hat mich verarscht. Nein, es geht nicht um verarscht. Ihr werdet das in zwei Wochen verstehen, okay? Folgt mir auf Instagram und folgt mir auf Twitch, um in Zukunft nichts zu verpassen. Habt euer Leben im Griff. Sano, sag mal, das war's. Auf Wiedersehen und hasta la vista. Das war's und auf Wiedersehen. Sano, das war's auf Wiedersehen und hasta la vista. Das war's, hasta la vista. Sano, das war's auf Wiedersehen und hasta la vista. Das war's auf Wiedersehen und hasta la vista. Ja. Das war's.